Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, beziehungsweise eher gesagt einer Review, in dem ich heute schauen wir uns zusammen ein Theme an, das mich irgendwie ein wenig interessiert, weil das ist ein Bestseller-Theme, mal nicht von Theme Forest, sondern direkt von Template Monster. Diese haben auch bald mit dem 19. November mit dem Black Friday etc. ein Angebot, das heißt, wenn euch die heutige Review gefällt, könnt ihr unten in der Beschreibung einfach auf das Theme klicken und euch das dann dort, glaube ich, um einiges weniger kaufen, als ich es jetzt gekauft habe. Warum ich mir den Theme ausgewählt habe, ist, weil das mit Elementor arbeitet und irrsinnig groß ist und ich wollte mir das einfach mal anschauen. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das gleich auf, dass ihr mal seht, wie ich mir auch so ein Theme anschaue, beziehungsweise auf was ich da achte. Das heißt, wir entdecken jetzt sozusagen zusammen den Theme. Wenn euch das interessiert, würde ich mich sehr freuen, uns später dann nochmal in der Review zu sehen. Ja, also wie gesagt, Monstroid ist von Template Monster. Vielleicht kennen das einige von euch auch noch nicht, die Webseite ist im Endeffekt auch ein sehr großer Marketplace, wahrscheinlich auch der zweite oder drittgrößte, wenn es um Themes geht. Dementsprechend habe ich mir heute hier ein Theme gekauft, das nennt sich Monstroid, ist responsive, hat irrsinnig viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt eine leere Installation vorbereitet, dass wir uns das zusammen anschauen. Da sind einige Elemente drinnen, Menüs und so weiter und wir schauen uns jetzt mal genau an, wie das funktioniert. Im Genauen habe ich hier jetzt das Template drinnen. Das heißt, dieses Template hier werden wir jetzt einmal entpacken. Schauen uns das Ganze mal an. Da haben wir eine Dokumentation. Das heißt, die werden wir uns da jetzt mal rausnehmen und kopieren, beziehungsweise auch in einer neuen Seite öffnen, damit wir auch wissen, um was es geht. Super, Monstroid 2, da haben wir schon die Installation oder die Dokumentation besser gesagt. So und jetzt steht da Manual Install. Genau, da ist das Monstroid Theme und Child Theme. Das heißt, das können wir jetzt mal gleich installieren. Dazu gehen wir auf Design und Themes, fügen da ein Theme hinzu. Ich nehme jetzt die Datei und füge einmal das Monstroid 2.zip hinzu. Lass das jetzt mal installieren. Dann gehe ich nochmal auf Theme und installiere mir auch gleich das Child Theme dazu. Dann haben wir das auch gleich erledigt, weil da eines im Paket drinnen ist. Das heißt, ihr habt hier eben diese zwei Themes. Ich installiere da gleich das Child Theme immer dazu. Aktiviere das Ganze und jetzt werden wir gleich sehen, was passiert. Im Normalfall Chat Plugins Wizard. Das heißt, hier schauen wir mal kurz, was da ist, beziehungsweise was wir da installieren müssen. So, Monstroid 2 Theme. Genau, das heißt, ich brauche jetzt eine Lizenz. Da schaue ich jetzt mal kurz her, woher die kommt. Ja, also ich habe jetzt die, wenn wir in euren Account gehen, also sprich in euren Template-Toster-Account, habt ihr hier links eine Order stehen. Das habe ich jetzt ausgeblendet, aber hier steht eine x-beliebige Nummer. Und das könnt ihr nehmen und hier auch nochmal downloaden, beziehungsweise eben dann aktivieren. Wenn ihr das habt, suchen wir uns jetzt im Endeffekt etwas raus, was hier passend ist. Es gibt natürlich irrsinnig viele Demo-Inhalte. Wenn wir hier nochmal auf The Monstroid gehen, müsst ihr euch jetzt heraus suchen, was natürlich für euch passend ist. Also sprich, was ist passend, habt ihr eine Agentur, habt ihr vielleicht eher was im Fitness und so weiter und so fort. Ja, das könnt ihr euch raussuchen. Hier gibt es Fitness, Garage, Coworking, also hier gibt es einige Demos. Ich nehme jetzt einmal die Klassik-Demo, weil wir uns das Ganze auch anschauen. Das heißt, hier steht dann auch, was wir brauchen. Wir brauchen Elementor, Chat-Theme-Core, Contact Form 7, WooCommerce, Chat-Woo-Builder for Elementor. Und dann gibt es noch Cherry-Pop-Ups und Chat-Reviews for Elementor. Nehmen wir das auch dazu. Jetzt installiert ihr uns das Ganze und das ist natürlich, haben wir mal eine Basis, um uns das Theme anzuschauen. Ich möchte mir im Besonderen anschauen, wie das Ganze aufgebaut ist, was es für Möglichkeiten bietet, weil es immer schön ist, wenn man ein großes Theme hat, das natürlich irrsinnig viele Möglichkeiten bietet, das aufzubauen. Ja, weil das ist mir immer ganz wichtig, dass ihr genug Möglichkeiten habt, vor allem für diejenigen, die eben anfangen. Viele von euch haben jetzt vielleicht nicht so viel Geld zur Hand oder sagen 80 Dollar ist schon für so ein Theme viel Geld, aber ihr dürft nicht vergessen, ihr könnt damit dann alles aufbauen, was ihr wollt. Und deswegen zeige ich euch auch das Ganze, damit ihr mal seht, was dieses Theme kann. Und daher, ich ja schon viele Themes hergezeigt habe, wie das Avada-Theme und Unfold und ich weiß nicht, was alles. Der 7, habe ich jetzt mal gesagt, ich kaufe mir jetzt mal eins von Template Monster. Ich habe da schon zwei Themes gekauft, aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder gut, da was reinzuschauen. Ihr findet auch grundsätzlich, wenn ihr hier reingeht, findet ihr richtig viele Themes. Es gibt eben auch, wenn ihr hier links unten schaut, gibt es welche mit Elementor Page Builder. Darauf habe ich eben im Besonderen geschaut. Das ist zum Beispiel Monster Reads, das ist ein Bestseller-Theme, deswegen habe ich das jetzt genommen. Ansonsten gibt es hier auch viele, die ihr komplett mit Elementor aufbauen könnt. Das finde ich genial. Da habe ich jetzt bei Theme Forest, findet man auch einige. Da habe ich zum Beispiel irgendwie Forlax oder so heißt das. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Und genau, also ich habe mir jetzt im Endeffekt das Monster Reads 2 Multipurpose gekauft, nicht das 1. Es gibt offensichtlich 1 und 2. Aber ja, das bietet irrsinnig viele Möglichkeiten, hat einen guten Page Speed. Das heißt, die Performance passt auch. Es gibt 500 pre-designte Sektionen, das heißt, das werden wir uns dann gleich noch anschauen. Schöne Skins, es ist eher so in die Richtung Flat Farbig Design, was jetzt 2018 und auch 2019 dann noch sehr aktuell ist. Und wir werden uns das eben gleich anschauen. Schauen wir mal, wie weit die Installation ist. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Das heißt, was wir machen werden ist, wir können uns da jetzt nochmal anschauen, was es alles gibt. Es gibt das Chat-Menü, was offensichtlich eine Möglichkeit ist, das Menü anzupassen. Man kann einen eigenen Header und eigene Futter-Templates sich nutzen, das ist natürlich auch super. WooCommerce ist dabei und ich habe gesehen, es ist ein Plugin dabei, das auch sozusagen die einzelnen WooCommerce-Seiten, also die Produktseiten selber aufbauen kann oder beziehungsweise womit man es verändern kann. Ja, das bietet auch nicht jeder an. Also schaut schon einmal vom Anfang her sehr gut aus. Ja, also die Basis schaut sehr gut aus. Schauen wir noch, was da zu sagen. Schauen wir noch, was es hier im Video gibt. Okay, das ist nur das Verkaufsvideo. Ja, also einfach genial. Schaut gut aus. Wie gesagt, ich werde mich melden, sobald das jetzt installiert ist hier. Und wenn das installiert ist, werden wir uns eben alles nochmal genau anschauen. So, nun sind auch alle Plugins installiert, die wir brauchen. Das hat jetzt ein wenig gedauert. Solltet ihr nicht alle Plugins haben, findet ihr auch nochmal, habe ich gesehen, im Theme-Ordner findet ihr nochmal die Plugins in der Manual Install. Ja, das heißt, dort gibt es das auch nochmal. Append Demo-Content to my existing. Also sprich, da könnt ihr komplett den Demo-Content reinwerfen oder den Demo-Content überschreiben lassen, das zu dem, was jetzt ist. Oder eben komplett die Demo überspringen. Ich werde das jetzt mal, weil ich eh eine leere Installation habe, werde ich das mal machen. Please enter your User-Password. Gut, werde ich machen. Werden wir schauen. Das sind 86 Posts, ein Autor. Bin ich gespannt, wie lange das dauert, was da genau gemacht wird. Also ich arbeite, wie gesagt, eher meist mit Themes von Theme-Forest. Seit langem wieder das erste Mal, dass ich eins von Template-Monster nehme, obwohl die wirklich sehr gute Themes eigentlich haben. Würde mich auch interessieren, wenn ihr mir einfach mal in die Kommentare reinschreibt, was, ob ihr da schon was gekauft habt, ob ihr da gute Erfahrungen habt oder nicht. Ja, ich werde das jetzt wieder importieren lassen und melde mich dann gleich nochmal, wenn das wieder importiert ist, weil da müsst ihr mir nicht dabei zuschauen. So, jetzt sind wir fertig. Congratulations, you are all set. Jetzt schauen wir uns die Webseite an, wie die ganze ausschaut oder wie die Webseite ausschaut hier. Und ja, jetzt sehen wir auch schon, dass das eigentlich relativ hübsch ausschaut. Also muss ich sagen, nicht schlecht. Jetzt können wir uns noch die Unterseiten anschauen, also die Erbautseite. Schauen wir mal, was da los ist. Okay. Ja, es schaut sehr gut aus eigentlich. Schauen wir uns jetzt aber auch nochmal im Speziellen an, was man einstellen kann, weil das ist immer ganz wichtig bei einem Theme. Man sieht, da muss man jetzt noch ein Update machen. Ich müsste jetzt eigentlich noch WooCommerce installieren. Das spare ich mir jetzt einmal kurz, weil das würde zu lang dauern. Jetzt haben wir hier Monstry 2 hier unten. Da können wir uns mal kurz anschauen, was hier los ist. Das heißt, da habe ich den Code drinnen, die Plugins aufgelistet. Da könnte man auch nochmal checken, ob es neue gibt. Dann das Theme selber. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Monstry 2. Ja, das passt. Skins kann man noch auswählen. Genau, da kann man jetzt noch andere Skins installieren. Da kommen immer wieder jetzt neue dabei, habe ich jetzt gehört vom Hersteller. Dass da immer wieder welche neue reingeladen werden. Und dann schauen wir auf Settings. Das kann man da noch machen. Locations Relations, Chat Overrides, User. Ja, also das ist eigentlich eh alles jetzt schon erledigt. Schauen wir uns einmal Chat Menü an. Das ist offensichtlich dann für das Menü selber. Das können wir uns dann auch nochmal anschauen, wenn es soweit ist. Und da haben wir Header Elements, Footer Elements, Element und noch ein Header Element. Ja, das heißt, das wird wahrscheinlich das hier sein. Die haben dieses Template hier selber geschaffen. Hier oben. Also den Header Bereich. Und dadurch, den könnte man hier natürlich auch anpassen. Wenn wir auf Elementor gehen, sieht man hier auch, welche Header aktiv sind. Das heißt, das ist jetzt hier in dem Fall Header Creative. Da können wir jetzt mal draufklicken und uns anschauen, wie wir den im Besonderen hier anpassen können. Im Normalfall, wie gesagt, ist das alles eben mit Elementor gemacht. Das heißt, ihr habt jetzt da keine Header oder Footer Einstellungen mehr oder so. Sondern könnt hier wirklich alles auswählen. Magic Button. Das ist normalerweise bei Elementor auch nicht drinnen. Jetzt schauen wir uns da kurz mal an, was das Theme für Elemente mitbietet. Oder also mitliefert, besser gesagt. Und hier sieht man, hat man irrsinnig viele Header Elemente. Das heißt, man könnte den Header da relativ schnell und angenehm neu machen. Ihr habt da nämlich Header, Footer, Sections, Archive, Single, My Library und so weiter. Ziemlich cool. Finde ich sehr cool. Das heißt, hier könnt ihr auch dann immer anschauen, wie sieht das Ganze aus. Beziehungsweise wie soll das aussehen oder wie sollte das aussehen. Das Menü, das könnt ihr dann in Importieren. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier mal auf Headers gehen. Und ihr könnt euch zum Beispiel auch aussuchen, okay, es soll jetzt Entertainment sein. Und dann lädt da auch was durch. Schauen wir mal, was das kann. Okay, das sind jetzt glaube ich alle, das ist nicht nur der Header. Das sind die ganzen Unterseiten, die könnt ihr auch nochmal alle speziell reinladen. Ihr habt da wahrscheinlich auch Sektionen, die ihr reinladen könnt. Was mir auffällt, ist es ein bisschen langsam, dieses Ding, weil das wahrscheinlich so aufgeblasen ist. Aber das ist ja nur die Auswahl. Das heißt, da habt ihr laute Elemente, wie ich euch das schon einmal gesagt habe. Das heißt, ihr habt Abschnittselemente, die ihr nutzen könnt. Aber wir wollen ja jetzt eigentlich einen Head-ons aussuchen. Der schaut zum Beispiel ganz cool aus. Den könnt ihr dann einfach per Insert, könnt ihr den hineinnehmen und das obere Element sozusagen auch wieder canceln, wenn ihr das wollt. Hier zum Beispiel hat der jetzt nicht wirklich was reingeladen, was gut ausschaut. Das heißt, das müsste man anpassen. Lassen wir das jetzt einmal mit Header und Futter, weil das ist eh jedem selber belassen. Ich möchte euch ja unter Anführungszeichen zeigen, was das Theme noch alles hat. Das heißt, das ist es eben im Großen und Ganzen. Was jetzt aber noch interessant ist, wenn man sich das unter Anführungszeichen jetzt anschaut, ist, was im Besonderen bietet dieses Theme auch für Elemente. Das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Erbaut geht, können wir das mal anpassen, wenn das verlinkt ist. Okay, das ist nicht einmal verlinkt, aber dann bearbeiten wir einfach mal die Home-Seite, ist ja völlig egal. Klicken wir drauf und sagen mit Elementor bearbeiten und dann schauen wir uns einmal an, was für Elemente mitgeliefert werden. Weil das ist auch immer sehr interessant. Ihr habt ja gesehen, es wurden irrsinnig viele Plugins von Chat installiert. Chat ist grundsätzlich, das könnt ihr auch einfach nur als Zusatz kaufen. Chat-Plugins bieten eben dann noch mal eine Erweiterung zu Elementor. Das heißt, wir gehen da jetzt mal nach unten und schauen jetzt mal kurz. Ihr könnt natürlich wie gewohnt hier draufklicken oder hier auf diesen Magic-Button, ich glaube, der macht das gleiche jetzt. Und dann könnt ihr Sektionen importieren, die auch vom Theme vorgezeigt werden. Das heißt, ihr könnt auch eben Pages, Headers, Footers und Sektionen nehmen. Zum Beispiel Sektionen, die sind wahrscheinlich auch eingeteilt in verschiedene Sachen. Zum Beispiel, ihr wollt eine Team-Sektion oder einen Banner, das könnt ihr hier links auch machen. Da gibt es viel. Sogar bis dahin Pricing-Tables, was ich sehr cool finde. Das findet man oft nicht. Das heißt, das könnt ihr da einfach importieren. Und das schaut alles irgendwie sehr solide aufsfindig. Also ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Theme haltet. Ich finde das eigentlich sehr, sehr cool, was das alles bietet. Pricing-Plans, ja, das zum Beispiel, das schaut schon super aus. Also ich finde, das schaut schon sehr, sehr gut aus. Gut, schauen wir uns jetzt nochmal die Elemente hier linkerhand an. Ich mache dazu dieses Feld hier auch, so groß es geht. Genau, weil hier haben wir jetzt immer die verschiedensten Elemente, falls ihr das noch nicht von Elementor kennt. Das heißt, ihr habt grundlegende Elemente, generelle Elemente, die von Elementor kommen. Und dann habt ihr jetzt hier anfangen, diese Chat-Elemente. Das erste ist Chat-Blogs zum Beispiel. Da ist Site-Logo, Search, Shopping-Card kann man da offensichtlich reinnehmen. Finde ich witzig. Also ihr könnt da den Shopping-Card überall in eurer Webseite einfügen. Oder eben, wofür es wahrscheinlich gedacht ist, hier oben. Ja, dass ihr hier einen schönen Shopping-Card habt. Dann haben wir hier unten noch, dann kommen wir zu den Chat-Elements. Das sind richtig, richtig viele. Ja, und Chat-Woo-Builder. Da habt ihr nochmal mehr. Beziehungsweise, wenn ihr die Pro-Version habt, habt ihr natürlich die Pro-Sachen von Elementor auch noch dazu. Aber ich glaube, wenn man das so nimmt, ist da schon mehr als genug vorhanden. Das heißt, was haben wir hier? Post-Navigation, Video-Playlist, ein animierter Text, Audio-Player, einen Countdown-Timer habt ihr dabei. Image-Comparison, das ist auch immer ganz cool, wenn ihr das nicht kennt. Das mache ich zum Beispiel ganz gern, wenn ihr, könnte man zum Beispiel nehmen, wenn ihr zwei Webseiten habt, ja. Oder ein Auto zum Beispiel wascht, vorher und nachher, dann ist das eben ganz cool. Das sieht nämlich dann so aus, dass ihr zum Beispiel sagt, ihr wählt jetzt da, das ist die Webseite vorher, ja, sage ich jetzt mal. Und das ist das After-Build, das heißt, die Webseite schaut so nachher aus. Dann fügt ihr euch diese Bilder zusammen hier. Und ihr könnt dann sozusagen, könnt euch das Neue zum Alten anschauen, ja. Das ist halt sehr cool. Ich musste jetzt nur kurz auf Vorschau-Änderungen gehen, damit man das sieht. Und so könnt ihr natürlich verschiedenste Dienstleistungen darstellen, ja. Wie hat es vorher, nachher ausgeschaut. Kommt sehr gut bei Usern an, sage ich euch gleich. Hier zum Beispiel, okay, da ist noch ein Slide, aber hier seht ihr zum Beispiel, wie das dann aussehen könnte. Before, After, finde ich sehr cool. Das ist so eine gute Darstellung, wie man so etwas schön machen kann. Ja, was haben wir noch? Gehen wir die Sektion mal weg. Da waren wir jetzt bei Before, ah, Brands, das werden wahrscheinlich Logos sein, wo ihr Logos, genau, da könnt ihr einfach Companies reingeben. Oder Logos von euren Partnern oder Kunden oder wie auch immer. Und im Großen und Ganzen gibt es da halt noch irrsinnig viele Menüs, die, also Menüfunktionen, die ihr einstellen könnt, Wetter könnt ihr einstellen sogar. Schauen wir mal, wie es in Vienna ist, also in Wien. In Wien ist es jetzt gerade etwas kalt, ein Grad, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Genau, was haben wir noch? Schauen wir noch, was wir noch haben. Akkordeon, Switcher, Hotspots, was ist Hotspots? Wie gesagt, ich schaue mir der Theme das erste Mal auch selber an. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal ein Bild. Ah, genial. Ja, was das kann ist, ist, ähm, ist, ähm, ja, ihr habt, ihr könnt diesen, diesen, diesen Punkt hier, ja, den ihr da gleich seht, könnt ihr anpassen und zum Beispiel sagen, ähm, dieser Punkt heißt jetzt so viel wie, das ist eine tolle Überschrift. Das heißt, ihr könnt das Bild beschreiben, ja. Ja, ihr könnt dann eben noch ein zweites Element nehmen und das dann von der Position her verschieben natürlich. Das ist dann hier unten, dann könnt ihr da dazu schreiben, zum Beispiel, auch mit einem anderen Icon, das finde ich sehr cool. Ähm, könnt ihr sozusagen beschreiben eure Webseite. Das ist der Footer-Bereich, das ist der Header-Bereich. Das heißt, da kann man auch was Cooles daraus machen. Ja, und das sind die ganzen Elemente eigentlich. Das heißt, ihr habt jetzt nicht direkt so dieses, ähm, äh, wie soll ich sagen, das klassische, äh, riesige, aufgeblasene Theme, sondern ihr habt dann viele Elemente-Möglichkeiten. Das Einzige, was man sich dann eben noch anschauen könnte mit dem Ganzen ist eben, ähm, was jetzt noch dieses Chat-Menü hier kann, ja. Also das Chat-Menü, das wurde mitinstalliert, nehme ich mal an, betrifft auch das Menü, ja. Das heißt, das Menü, schauen wir uns da mal an, ähm, was für Styles das da gibt. Okay, Menü-Alignment, Ride-Center, Menü-Background, da könnt ihr sozusagen das Hauptmenü noch einmal ganz genau einstellen, ja. Ja, mobiles Menü, Sizes, okay. Das ist sozusagen die Menü-Einstellungen. Ansonsten haben wir da, glaube ich, ähm, keine Einstellungen. Demo-Content. Schaue ich gerade noch mal Pop-Ups. Weiß jetzt nicht, was das hier ist. Ähm, ich glaube, das ist dieses Chat-Pop-Ups, was wir da installiert haben. Schaue, können wir uns noch mal kurz anschauen, was da dabei ist. Test-Pop-Up. Wurscht, Test-Pop. Wahrscheinlich wird man das auch mit Elementor bearbeiten können, in dem Sinne, dass man da wahrscheinlich auch Vorlagen hat. Das heißt, ihr habt dann auch noch eine Pop-Up-Möglichkeit für zum Beispiel ein Newsletter oder irgendeine Aktion, Black Friday, was jetzt kommt oder sonst irgendetwas. Wir klicken da jetzt wieder mal auf den Magic-Button und schauen uns da an, ob die auch Pop-Ups hier anbieten. Das wäre natürlich genial. Ähm, tun sie in dem Fall nicht. Ich schaue jetzt noch mal auf Sektionen und schaue, ob da Pop-Ups noch mal drinnen sind. Ansonsten könnt ihr euer Pop-Up einfach selber machen. Ähm, Portfolio Post leider. Okay, nein. Also das ist nicht vorhanden. Das können wir uns noch mal anschauen. Ich weiß nämlich nicht, wie, ähm, das Ganze heißt. Cherry Pop-Ups nennt sich das. Uh, das hat keine guten Reviews. Das heißt, wir werden das gleich vielleicht lassen. Ähm, ja, damit könnte man noch Pop-Ups machen. Das heißt, das ist kein Premium Theme, also kein Premium Template, aber das schaut jetzt nicht so gut aus. Das hat aber auch noch nicht viele, ähm, Reviews. Deswegen ist das so schlecht. Super, okay. Ja, dann gehe ich darauf gar nicht ein. Rein theoretisch könnte man das auch machen. Und dann habt ihr eben Chat-Elements, Chat-Plugins-Wizard, Chat-Tabs for Elementor. Das heißt, es gibt noch Akkordions und Tabs. Chat-Tricks, das sind Animationen. Chat-Blogs for Elementor, ja, das haben wir eh uns angeschaut. Chat-Blog for Elementor. Blogging-Package for Elementor. Das heißt, da kann man wahrscheinlich die Blogging-Page aufbauen. Neh ich mal an, das können wir uns auch noch anschauen. Ja, aber das ist im Großen und Ganzen der Theme. Das heißt, ähm, es ist nicht wirklich viel zum Einstellen, sondern ihr könnt halt natürlich, ähm, das dann einstellen, wie ihr wollt. Ähm, buh, das ist schon der, nennen wir das einmal Block. So, und dann gehen wir auf Elementor bearbeiten. Schauen wir uns noch an, ob es da eben auch noch ein, ähm, ein Blog-Element gibt. Oder mehrere Blog-Elemente. Das würde mich noch interessieren. Ähm, weil das ist immer eine wichtige Sache, dass der Blog passt und überhaupt. So, Magic-Button. Schauen wir uns an, ob es da, ähm, eine eigene Blog-Sektion gibt. Oder schauen wir mal hier, ob es da Blog-Funktionen gibt. Blog-Posts. Okay, das heißt, da sind Posts, sind natürlich vorhanden. Ähm, die könnt ihr anpassen, wie ihr wollt. Das ist aber die normale Funktion, soweit ich weiß. Smart, ähm, Posts-List. Ja, das gibt es, glaube ich, bei, ähm, Elementor nicht. Direkt. Ja. Und sonst kann man nur noch schauen, ob es eben Sektionen gibt. Oder Pages, die eben passend sind. Anectopic. Ja, also ich muss sagen, ähm, so jetzt als End-Review. Ähm, schaut cool aus, das Theme. Es gibt einige Sachen. Ah, hier in den Sektionen sehe ich jetzt gerade, haben wir Blog. Das heißt, ähm, das ist wahrscheinlich damit gemeint, dass man hier einen Helfe-Blog und so weiter installieren kann. Beziehungsweise eben die, es geht ja eigentlich nur um den Aufbau dieser Blog, ähm, Blog-Artikel. Ja, mein, ähm, kommen wir zum End-Review, also beziehungsweise zum End-Fazit meines Eindruckes. Es wirkt im ersten Moment eigentlich sehr genial. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich sehe nicht, was man damit nicht umsetzen kann. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist, ähm, Ähm, dass es, ja, ein bisschen viel ist auf einmal, ja. Vor allem für Anfänger kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen mühsam ist. Ähm, wobei man sich, wenn man sich auf Elementor konzentriert, das eigentlich kein Problem sein sollte. Das heißt, man kann sich den, ja, man kann sich das da oben eh alles importieren. Ansonsten wirkt es, von der Schnelligkeit her wirkt es jetzt so einmal ganz gut. Ich habe das nur auf einer Testinstallation drauf. Ähm, da kann ich jetzt nicht wirklich die Serverzeiten und so nutzen, weil der Server auf meinem PC direkt liegt. Aber ansonsten, ähm, ist das Gute, es gibt jetzt nicht großartige Einstellungen oder so, sondern ihr könnt den Header und den Footer selber machen. Ähm, ihr könnt die Skins immer wieder ändern, sprich in ein anderes Skin umwandeln. Das heißt, ihr könnt euch da wirklich gut spielen. Ähm, ja, ihr habt eigentlich alle Möglichkeiten, ähm, was man sich da vorstellen kann. Ihr könnt den aktuellen Content eben wieder replacen mit einem anderen Content. Das heißt, ihr könnt euch da wirklich umschauen, unter Anführungszeichen, ähm, was notwendig ist. Das heißt, ihr könnt euch da wirklich umschauen, was für euch passend ist und was nicht. Ähm, ansonsten macht es mir einen soliden Eindruck, ihr habt einen guten Support. Wahrscheinlich bei Template Monster hatte ich noch nie eine schlechte Erfahrung mit dem Support. Ähm, das Ganze ist, wie gesagt, jetzt würde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Wenn euch das Theme interessiert, was ich euch auch empfehlen würde, würde ich mir das jetzt eben in dieser, in diesem Black Friday Sale kaufen. Da kostet das dann um einiges weniger. Ähm, ich wollte es euch mal zeigen, weil es das Bestseller Theme ist auf Template Monster. Und ich ja auch viele schon von Theme Forst hergezeigt habe. Ähm, ansonsten sehe ich eigentlich nicht wirklich eine Problematik. Ähm, das ist für mich so ein, 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 man muss nicht großartig darüber nachdenken, ob man dieses Theme nimmt oder nicht. Wenn ihr gerne mit Elementor arbeitet, ist so ein Theme optimal. Ähm, von den Plugins her habt ihr alle Möglichkeiten. Wenn ihr auch noch das Pro Element habt, wunderbar. Dann ist das auch, also wenn ihr das Elementor Pro auch noch habt und das aktivieren könnt, ist es noch besser. Dann habt ihr noch mehr Möglichkeiten. Ansonsten lässt euch Elementor eh so viel Spielraum für das Design, dass ich nicht glaube, dass ihr irgendwo an eine Grenze stoßen könntet, so auf die Schnelle. Ähm, da etwas nicht umzusetzen, das ist halt das Geniale. Und deswegen habe ich euch auch eben, wollte ich euch das mitgeben, dass ihr vielleicht jetzt mittlerweile schon ein bisschen auf diese, wie soll ich sagen, auf die Elementor Themes im Besonderen schaut, ja. Keine mehr mit Wapy Bakery oder anderen Sachen, ähm, sondern wenn ihr mit Elementor arbeiten wollt, dann nehmt das. Ja, hier seht ihr eh, ich habe das jetzt direkt, ähm, uminstalliert und habe schon wieder eine andere Seite drauf. Also das ist eben das Geniale und, ähm, ihr könnt die Elemente dann anpassen. Ich finde es eine coole Sache. Ich finde auch den Style von Elementor irgendwie sehr frisch und nett, ja. Aber ansonsten, ähm, ich wollte euch heute das Theme nur zeigen. Ich hoffe, den ein oder anderen hat das ein bisschen die Entscheidung vielleicht genommen oder hat es bei der Entscheidung geholfen, ob dieser Theme, ähm, notwendig wäre. Ihr könnt mir auch gerne unten reinschreiben, ob ihr noch andere Themes sehen wollt als Review. Ja, also sprich, dass ich mir noch andere Themes, egal ob jetzt von Theme Forest oder Template Toaster anschaue oder Template Monster anschaue, ähm, das war jetzt mal so eine grobe Review. Wenn noch Interesse daran besteht, ähm, dass ich noch ein, 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 ein Tutorial dazu auch mache, also sprich, wirklich eine Seite damit aufbaue, können wir das gerne machen. Aber im Endeffekt ist es jetzt nur Elemente anpassen, ähm, und hier und da ein paar Drehschrauben stellen und dann habt ihr eure Seite schon, ja. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen, produktiven Tag. Ich würde mich sehr über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn euch diese Videos gefallen, dass ich auch weitere Videos in der Form aufnehme. Ansonsten sehen wir uns wie gewohnt im nächsten Video und danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.